Musik Wir drehen Regrets of the Past, unseren Star Wars Fanfilm. In der heutigen Szene, die wir drehen, ist die Schreinszene. Das heißt, es ist da der böse Meister, der sitzt mit seinen drei Schüler, die sich da verbunkern. Also das ist ihr Rückzugsort dort auf dem Planeten, dort hausen Sieg. Musik Wir sind halt in Retz im Keller. Wir befinden sich ziemlich tief unten. Es geht sogar drei Stockwerke hinunter. Also wir haben lang nach einer Location für diese Szene gesucht, da wir eben keinen klassischen Keller oder Bunker wollten, sondern eben etwas dazwischen. Etwas, was eher an Shabos Palast erinnert. Die Anforderungen sind viel Licht. Also wir haben Gott sei Dank das Licht-Equipment, aber zusätzlich viele, viele Taschenlampen. Es ist sehr kalt dort unten. Es ist sehr rutschig, sehr alt, sandig, dreckig, grausig. Musik Liebe Zuschauer, wenn ihr uns verraten könnt, was ein Paneel ist, versprechen wir euch eine Rolle in der Fortsetzung. Also, was ist ein Paneel? Jetzt anrufen. Ich glaube, es ist eine Armatur. Dann würde es Armatur heißen. Das heißt aber Paneel. Ja, 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 doch. Haben wir es schaffen? Achtung mit der Röhre drehen. Zone ab. Musik Musik Ein Stück bringen wir mal, aber es gibt eine zweite in irgendeiner Unit-Kisten. In der Szene, die heute gedreht wird, geht es darum, dass Alain den Absturz eines Raumschiffes sieht und das seinem Meister und seinen Brüdern mitteilt. Man sieht auch, wie ihre Behausung aussieht und wie sie leben. Musik 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 Vielen Dank.